Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Krümel Baut. Heute der zweite Teil zu Moldkings 17.022, dem Fire Ladder Truck. Im ersten Video hatte ich die ersten vier Bauschritte gemacht. Heute geht es weiter mit dem fünften, der ist jetzt hier schon dran. Im vierten oder in den ersten vier hat man quasi den kompletten Unterbau gemacht gehabt und Teile der Fahrerkabine, wo die ganze Technik runtersteckt. Aber ich packe unten einen Videolink rein, wenn euch das vielleicht noch interessiert. Ihr könnt danach gucken, beziehungsweise hier oben in die Ecke packe ich vielleicht auch gleich noch einen rein. Gut, was kam in Bauschritt 5? Die Front hat Form angenommen. Ich hatte schon gesagt im letzten Video, hier der Teil, der hing nur auf einer Achse, der war ganz schön wabbelig, dass der wahrscheinlich erst Stabilität kriegt, wenn vorne die Schürze dran kommt. Und genau dem war auch so. Ab hier auch sehr, sehr viele Systemsteine verbaut. Klemmkraft super, Fliesen super, keine Kratzer drauf, nichts irgendwie beschlagen oder so, was ich bei Moldking schon ein, zwei Mal hatte, dass da irgendwie eine Schmutzschicht drauf war oder so. Die sind einfach gut, kann man nicht anders sagen. Das baut man in zwei Teilen, einmal die, ja, also links und eine rechte und linke, packt man zusammen, wird dann von in der Mitte verbunden, dann hat man dieses lange Stück. Das wird dann, hopp, hier unten auf gedrehte Techniksteine gepackt, dass man die Noppen halt nach vorne hat, Richtungsdrehung. Und dann haben wir hier außen auch Noppen, das sind hier auch gedrehte Steine. Und dann drückt man das Ganze zusammen. Ich war eher skeptisch, ob das hält, weil es sich doch immer wieder rausgelöst hat. Aber mit der Zeit hat es sich dann doch gefangen und, ich sage mal, justiert. Jetzt hält es. Jetzt kann ich halt hier auch wirklich wackeln und ziehen. Da passiert nichts. Danach ging es dann weiter nach oben an der Front. Da haben wir erstmal eine ganze Reihe an Techniksteinen auf Plates gepackt, außen Pins dran und mit dem Chassis verbunden, dass wir wieder stabile Noppen haben, wo wir dann hier diese große Einheit draufsetzen können. Auch da wieder Fliesen alles klappt wunderbar. Da würde ich schon fast sagen, dass die Klemmkraft ein Tick zu hoch ist, wenn man die großen 2x6 oder 2x8 Plates aufeinander drücken muss. Da braucht man dann doch schon ein bisschen Kraft im Daumen, dass man die ordentlich zusammengedrückt bekommt. Hätte ein Tick weniger sein können. Aber lieber ein bisschen zu straff, denn hält es wenigstens, als wenn es zu locker ist und wieder abfällt. Dann haben wir also die Frontpartie soweit fertig. Dann kommt oben nochmal vorbereitend für das Cockpit hier diese Reihe an halben Liftarmen und Axtstoppern auf Achsen drauf. Damit wir dann hier ein paar Pinaufnahmen haben, wo dann die Armaturen oder das Armaturenbrett alles mit Lenkrad drauf gepackt wird. Lenkrad ist nicht mit Lenken, das ist nicht verbunden. Das ist einfach nur auf einem Achspin drauf und fertig. Danach geht es an die Sitze. Die finde ich sehr nett. Also ich habe schon eine Sportbahn angebaut, die haben nicht so detaillierte oder schön aussehende Sitze gehabt. Hier in der Mitte mit den Achsverbindern drinnen. Kann man sich dann auch drehen. Ich habe jetzt die Rehnen nach vorne gemacht, wen das stört. Man kann sie halt einfach drehen, dann hat man die glatten Seiten nach vorne. Ich finde, so hat es so ein bisschen Lederpolsterlook gehabt. Armlehnen auf beiden Seiten auch, sehr schön gemacht. Und die werden dann einfach nur auf einen Pin drauf gesteckt. Man kann sie vor- und zurückklappen. Kopflehne ist fest. Achso, zwischendurch baut man noch hier hinten die große Trennwand ein. Jetzt nichts irgendwie total Spezielles oder so. Einfach zwei große Panels, Liftarme außen dran. Nochmal hier die grauen Liftarme quer, damit sie wirklich stabil sind. Und das Ganze wird dann draufgesetzt und hier mit diesen L-Teilen verbunden, dass das Ganze hält. Und so hat man den Abschluss, dass die Batteriebox und alles verschlossen ist und dass die Fahrerkabine dann als Ganzes zu sehen ist. Und man will sie auch anklappen. Und wenn man es dann... Achso, das habe ich ganz vergessen. Machen wir mal die Tür auf. Bevor es zum Armaturenbrett geht, baut man noch hier dieses L aus Liftarm zusammen. Das ist dann quasi die Halterung, wo die Kabine drankommt. Das wird hier mit diesem Klappmechanismus verbunden. Dann kann man es schön auf und zu. Hält auch, also das flattert jetzt nicht irgendwie hin und her. Ja, jetzt habe ich kurz überlegt. Das, das, das. Ach genau, Türen. Und als letztes geht es dann an die Türen. Einfache Konstruktion. Ein paar Liftarme. Kleine Liftarme, oben noch ein Panel dran. Und ein bisschen Deko auf Halbpins oder Viertelpins drauf, dass es schick aussieht. Und dann werden sie hier einmal auf eine Achse gesteckt. Von oben kommt noch mal eine Achse durch, dass es hält. Und das war's. Wie gesagt, hat ein, fällt nicht auf, hat eine, ja ich sag mal, eine schöne Spannkraft, dass man es schön auf und zu machen kann. Auf beiden Seiten das Gleiche, von daher. Dann kommt noch der Bogen drauf. Als Fenster mit Spiegel. Spiegel kann man nicht einstellen, also der hat immer die feste Position. Ja, nett. Ich meine, für einen LKW. Was will man da mehr verlangen? Schön ist, was sich der Furcht ist, ausgedacht oder beachtet hat. Auf der Beifahrerseite haben wir nochmal einen toten Winkelspiegel, den man dann auch noch theoretisch ein bisschen einstellen kann, wie man es möchte. Dass der Fahrer halt dann besser sieht, was auf der anderen Seite vom LKW passiert. Ja, und dann sind wir fast durch. Als allerletztes kommen dann einfach nur noch hier die zwei Eckpanels drauf. Und damit ist dann der fünfte Bauabschnitt abgeschlossen. Gut, soviel also dazu. Ich baue jetzt weiter und bis gleich. Ja, nach Bauabschnitt 6 sieht er dann doch schon ziemlich fertig aus, wenn man dann die Leiter sich noch dazu denken würde. Ich denke mal, da wird jetzt nicht mehr so viel passieren. Fahrerkabine ist auch fertig. Und das war eigentlich auch so der Großteil, den man gebaut hat. Ging dann los hier mit diesem Seitenelement. Und das war vom Bauen her schon eine wackelige Angelegenheit. Denn man hat hier diese zwei Liftarme und dazwischen die, ja, wie heißen die Dinger, Pinaufnahmen mit einer gedrehten Achsaufnahme an der Seite. Da stecken Viertelpins drin. Und da kommt dann einmal hier unten das dran. Das hält auch eigentlich einigermaßen. Aber das hier oben durch die Höhe ist halt ziemlich wackelig. Und dann kommt hier oben das Ganze auch nochmal nur auf Noppen draufgedrückt. Das Schwarze hier hängt auch erstmal nur auf einer Noppe hier in dem Liftarm drinnen. Bis man das dann, dann steckt man das hier auf die Achsen drauf. Und dann wackelt das fröhlich vor sich hin. Und jedes Mal, wenn man drankommt, oder wenn man drankommt, dann fällt das Schwarze hier ziemlich schnell raus. Halt kommt erst, wenn man hier oben die zwei roten Liftarme drauf packt. Da sind hier Viertelpins drinnen und hier. Und dann drückt man das von oben drauf. Und dann dachte ich mir, oho, das wird aber auch gefährlich am Ende. Ne, da kommt dann von hinten später nochmal Schwarze Liftarme gegengedrückt. Und dann hält es aber wirklich gut. Also jetzt kann man hier auch gegendrücken. Da passiert nichts. Man muss halt nur, bis es dann an diesem Punkt ist, aufpassen, dass man da nicht irgendwie was zerreißt. Natürlich gespiegelt auf der anderen Seite auch. Wenn das dann drinnen ist, geht es, lass mich überlegen, genau, hoch zum Dach. Da kommen, kann man es rausnehmen. Eigentlich sollte man es rausnehmen können, aber ich nehme es einfach nochmal ab. Hier, das kommt oben drauf. Als Abdeckung, dass man dann wirklich von der Batteriebox nichts mehr sieht. Ist eine große Plate mit jene Menge Fliesen drauf. Da ist dann wieder dieses Mold King, oder was bei Mold King immer mal wieder ist, dass da so ein leicht schmieriger Film auf einer Fliese war. Ich sage mal, ein Großteil der, oder fast alle anderen Fliesen, hatte ich das überhaupt nicht diesmal. Aber hier oben bei den Weißen waren wieder ein oder zwei dabei, wo das vorkam. Ja, dann geht es weiter mit dem Dach der Fahrerkabine. So, dann seht ihr es viel besser. Ja, eine einfache Konstruktion. Wird halt Paneele zusammengesteckt und hier vorne auf die Pin-Aufnahmen drauf und seitlich verbunden. Dann kommen jeweils die zwei Seitenelemente. Wieder Plates mit Fliesen, mit Slopes und hier vorne die blauen Lichter drauf. Und kommen dann oben auf die Viertelpins einfach draufgedrückt und hält dann dementsprechend auch gut. Dann baut man sich, ach nee, bevor das kam, baut man nochmal eine lange Reihe mit Achsverbindern und sowas. Und Technikbricks, damit man dann hier für die Front, nehm mal wieder in die Hand, damit man dann dieses Front-Element einfach dran bauen kann. Auch wieder hier, ihr seht es ja, vier Schichten stark. Plates, 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 Fliesen, Slopes und nochmal ein bisschen Deko, Trends, Clear, Steine. Genau. So, und dann zu guter Letzt kommen noch die Reifen dran. Da Molking schreibt es nicht hin. Ich habe natürlich auch wieder nicht dran gedacht. Hier diese, ähm, ja, was sind denn da, sind das Felgen? Weiß ich nicht, ob das mal Felgen waren. Guckt, wenn ihr die zusammensteckt, dass das Kreuz in der Mitte auch wirklich frei ist, weil nicht, dass ihr das verdreht habt, dann müsst ihr das aus den ganzen Pins wieder rausziehen, so wie ich es beim ersten Mal natürlich gemacht habe, dass das dann anständig draufkommt. Wie gesagt, ansonsten kriegt ihr die Achse nicht durch und ihr könnt das Rad dann am Ende nicht richtig draufstecken. Hier sind Zweiräder auf der Antriebsachse. Und warum die so weit rausgucken muss, weiß ich auch nicht. Die hätten sie eigentlich ein Stück kürzer machen können. Das sieht so ein bisschen doof aus, finde ich. Und hier hinten bei der Lenkung ist auch nur ein Rad. Also hier haben wir Zweiräder, hier ein Rad, hier ein Rad und natürlich auf der anderen Seite das Gleiche. So, dann kann man theoretisch auch schon alles fahren oder alles steuern, was man möchte. Dafür Fahrerkabine einfach aufklappen, dann kann man hier mit dem Finger drunter greifen, Akkubox anmachen, man nimmt den guten Mold King Controller dazu und dann können wir mal kurz testen, ob alles funktioniert. Ja, fährt, das ist der erste Gang oder ein Motor. Dann können wir lenken. Ihr seht, die hintere Achse lenkt mit, funktioniert also auch. Und dann können wir hier den zweiten Motor ansteuern. Wer es schnell haben möchte, nimmt die linke Schultertaste, verbindet A und B und dann steuert er beide Motoren an und auf B passiert nichts mehr, weil ja beide auf A liegen. Fährt recht zügig für die Größe und das Gewicht, aber das gucken wir uns dann in der Review nochmal genauer an. Und zu guter Letzt auf Taste C können wir noch die Stützen ausfahren. Falsche Richtung. Ich denke mal, ich werde an dieser Stelle gleich vorspulen, weil das dauert, glaube ich, fast eine Minute. So, jetzt sind sie auch fast unten, haben wir es endlich geschafft. Und gleich hört er, jetzt muss der Motor auch wirklich mal arbeiten. Und er hebt das Ganze an. Und er hebt es sogar so weit an, dass wenn wir jetzt hier fahren, Ah, jetzt hat die Fernbedienungssignal verloren. Ne? Braucht, glaube ich, mal neue Batterien. So, ihr seht, hängt in der Luft. Also da ist, der schafft es das wirklich anzuheben. Mal gucken, ob das es dann später mit dem Kran immer noch schafft oder mit der Drehleiter. Aber das gucken wir uns dann am Ende an. Also, soviel zu behaupten. Sechs und ich fange jetzt mit dem siebten an. Ja, der Anfang der Drehleiter ist gemacht und der siebte Bauabschnitt geschafft. Und ja, stabiles Teil. Das fängt an. Hier unten wird der Antrieb zum Drehen letztendlich gelegt. Das sind lange Achsen mit Achsverbinder und diesen Doppelpins außen. In der Mitte ist eine Pinaufnahme. Wird die ganze Länge gebaut. Hinten ein Zahnrad dran, wo dann die Kraft vom M-Motor kommt. Und das Ganze dann seitlich mit Liftarm verbunden, dass das wirklich stabil ist. Und hier seht ihr auch schon die ersten Technikbricks, die dann dran kommen. Später werden das massig mehr. Ja. Dann in der Mitte dieser Aufsatz drauf, was dann später auf das Modell drauf gesetzt wird. Und drehen tut er sich. Hier kommt die Kraft vom M-Motor. Geht in der Mitte. Hopp, ich hoffe man sieht es. Hopp, da ist mein Finger. Und hier ist eine Spirale. Die wird vom M-Motor gedreht. Kraft geht aufs Zahnrad. Zahnrad dreht die zwei Räder. Und die drehen das Ganze dann auf der Feuerwehr hin und her. Ja. Wenn das fertig ist, baut man langsam nach oben. Und das sind wirklich viele Technikbricks, die da drin sind. Und letztendlich baut man erstmal so weit, dass die Aufnahme für die Leiter dann gebaut wird. Und dann geht es an die Leiter. Ja. Gehen wir mal um. War vom Bauen her ein bisschen tricky, denn hier in der Mitte seht ihr ja, das ist quasi der Teil, der rausgefahren wird. Und der fehlt. Dementsprechend immer, wenn man hier was in die Liftarme reindrücken möchte, hat man keinen Widerstand und man drückt die Liftarme immer mit weg. Hatte ich ja auch schon beim großen Modell, dass das ein bisschen dolle nervig sein kann, dass man immer den Finger da irgendwie dazwischen stecken muss, um gegenzudrücken. Irgendwann hat man dann genug Stabilität drin, dass es dann halbwegs passt. Aber erst wenn jetzt wirklich hier dieser ausfahrbare Mittelteil drin ist, dann ist es stabil. Das Ganze wird dann an den Unterbau hier drangesteckt. Das sieht man jetzt leider nicht mehr. Letztendlich draufstecken und dann von der Seite wieder diese L-Liftarme dran. Dann ist das verbunden. Dann kommt oben der Motor drauf. L-Motor. Zwei Kaderngelenke vorne wieder an so eine kleine Schnecke. Und die dreht dann den Aufsatz einfach nur raus oder zieht ihn wieder rein. Auch wieder jede Menge Liftarme. Stabil verbunden mit diesen L-Teilen oder hier ein T-Teil drin. Da kann man echt nicht meckern. Ja, wenn das soweit fertig ist, dann geht das an den Aufbau. Ja, Kabelmanagement. Da muss ich mal noch gucken, wie ich es dann am Ende richtig verlege. Ich habe es jetzt erst mal relativ locker gelassen, um dann zu sehen, wie es am besten passt. Ja, man baut also mit Technik-Prix das Ganze nach oben auf. Immer wieder zwischendurch verbunden. Hier, das sind die Pins, die die Stange haben. Das geht dann in Pins ohne Friction. Ich hoffe, man sieht es. Hier schimmert es ein bisschen gelb durch. Es sind hier auch jede Menge drin. Quasi immer, wo so ein grauer ist, wird es reingesteckt. Bis auf an zwei Stellen. Die sieht man aber nicht mehr hier. Das ist unter dem roten. Da sind es normale Pins. Also da braucht man schon ernsthaft Kraft, um diese grauen Dinger da durchzukriegen, bis es dann mal Klick macht und sie dann durchrutschen. Dadurch, dass das normale Pins mit Friction sind. Es waren zwei Stellen, glaube ich. Einmal hier und hier der in der Mitte. Da war das gleiche Problem, dass die in normale schwarze Pins rein müssen. Und da habe ich mir dann mit einem Teile-Trenner geholfen, dass ich da richtig gegendrücken kann. Und Gott sei Dank ist auch nichts abgebrochen oder so. Sie sind dann halt nur mit viel Kraft reingerutscht. Ja, jedenfalls dann der Aufbau nach oben. Alles Technik-Prix, Technik-Prix immer wieder miteinander verbunden, damit es wirklich stabil ist. Und dann von außen nochmal quer was rein, um das Ganze auch vertikal zu verbinden. Dann kommt hier nochmal in Rot ein bisschen, ich sage mal, Dekozierte rein. Habe ich vergessen zu erwähnen. Das Panel war im Bauabschnitt 6 mit drin. Und das ist übrig geblieben. Man braucht es dann im Bauabschnitt 7. Also so war es bei mir. Vielleicht ist es dann in anderen Verpackungen richtig, in der richtigen Tüte. Bei mir war es in der verheiligen, also in der sechsten. Und ich brauche das erst in der siebten. Ja, und dann geht es weiter. Hier hinten baut man dann die Akkubox dran. Und ja, relativ simpel. Dann wieder hier nochmal ein paar schwarze Bricks zur Deko, dass das dann alles schön abgeschlossen aussieht. Und dann war es das. Ach nee, hier außen haben wir noch zwei Führungsräder. Genau. Die und die, die kommen dann einfach nur von außen dran geklickt, damit nicht nur sich das dreht, sondern das hier das Ganze hält und es nicht irgendwie stark wegklappen kann. Gut. Das ist also Bauabschnitt 7. Ja, das ist noch nicht irgendwie verbunden oder so. Da muss dann noch die Höhen-Einstellung irgendwie dran gebaut werden. Mal gucken, wann das kommt. Ob das jetzt am 8. oder erst am 9. kommt. Da lassen wir uns überraschen. Es sind ja noch jede Menge Pins, seht ihr ja hier, frei, an die noch angebaut werden kann. Ja, wenn das dann soweit fertig ist, ist dann das allerletzte, was man machen soll. So. Man steckt es einfach nur drauf. Es rastet ein. Und dann machen wir noch kurz einen Funktionstest. Ja, was war es? Ach so, genau. So, ihr seht, 360-Grad-Drehung. Funktioniert. Und hier die Stützen drehen sie halt auch immer mal mit. Ach so, dann müssen wir uns mal ein bisschen... Und was war es? Mit C können wir es dann einmal rausfahren. Oder halt wieder reinfahren. Ja, und als das hier noch nicht drinnen war und wenn man das hier dran steckt, dann ist halt kein Widerstand in der Mitte und man hat die Liftarme immer wieder zusammengedrückt und musste dann irgendwie von innen wieder gegendrücken. Das war ein bisschen nervig. Aber gut, ja. Das sind eigentlich so die größten Probleme beim Bauen. So, stellen wir ihn wieder gerade. So, dann haben wir das auch. Ach so, hier ist Deko ein bisschen verrutscht. War nicht richtig eingehakt. Ja, ansonsten, wie gesagt, man kann eigentlich überall anfassen. Bisher hatte ich da keine großen Probleme, außer, ich erwähne es immer wieder, die Fliese hinten, die abfällt. Gut, ich baue dann jetzt weiter. Bis gleich. Ja, so langsam geht es dem Ende entgegen. Acht von neun Bauschritten sind erledigt. Im achten, wie gesagt, es geht jetzt nur noch um die Drehleiter. Angefangen hier oben der Sitz. Ähnlicher Aufbau wie auch hier im Führerhaus mit den Achsverbindern in der Mitte drin, die man dann halt so drehen kann, wie es einem designtechnisch am ehesten passt. Einfach zwischen, mach mal ein bisschen schräger, so. Zwischen Liftarm dazwischen gepackt und dann hier unten verbunden. An sich, ja, kleinteilig, würde ich es mal nennen. Problem, oder was nicht ganz so gut gelöst ist, die Lehne, die Seitenlehne, die hängt hier unten nur auf einer Achse. Dieser halbe Winkel Liftarm. Und das gleiche hier ist ein Dreierliftarm in halber. Der hängt auch nur an einer Achse. Das ist halt, wenn man da ein bisschen zu sehr drückt, kann es runterrutschen. Ansonsten, ja, schön mit Display kann man sich einstellen, dass der dann alles steuern kann. Danach geht es weiter nach hinten. Da haben wir hier drunter, unter dieser Verkleidung, die wir dann später bauen, Liftarme dran gepackt. Das Ganze horizontal, vertikal, alles nochmal stabilisiert, damit da wirklich gute Verbindungspunkte da sind, dass hier nichts irgendwie großartig wackelt oder so. Also wirklich, das ist am Ende ein ziemlicher Klotz an Technikbricks und Liftarme oder so. Da ist wirklich kaum Platz drin. Dementsprechend stabil das Ganze. Und vor allen Dingen wiegt es massig. Also ich will nicht wissen, was dann die Waage am Ende spricht. Danach, das sehen wir jetzt hier nicht mehr ganz so, oder? Kommt hier ein kleiner Aktuator rein, der wird dann, müssen wir es mal hinten umdrehen, so. Hoch mit dir. So, jetzt sehen wir es. Kommt ein M-Motor rein, der steuert dann den Sitz, den kann man nämlich ausfahren und wieder einfahren. Hakt aber an einer Stelle ein bisschen, zeige ich euch dann am Ende noch. Ja, simpel, wieder Technikbricks, die hochkant angebracht werden. Zum einen, um eine vertikale Stabilisierung reinzubringen und dann haben wir dadurch die Noppen, wo der M-Motor einfach drauf gedrückt wird. Dann hier angeschlossen und dadurch dreht sich dann der Aktuator. Dann geht es weiter auf der anderen Seite. So sieht man es gut. Wieder ein paar Reihen an Technikbricks, ineinander mit Pins verbunden, außen dann mit diesen, ja, Winkeln oder Bögen an Liftarm verbunden. Sind hier, ich glaube, zwei oder drei Stück unten drunter verbaut, die das Ganze auch nochmal verbinden und halt Stabilität reinbringen. Oh, jetzt fällt ja gleich eine Krise runter. Bleibst du dran. So. Hier nochmal eine kleine Kurbel, kann man dann wahrscheinlich, Schlauch, gehe ich mal stark davon aus, dass man da einen Schlauch aufwickeln könnte. Es ist keiner dabei, das ist also reine Deko, aber schön, dass die dann auch funktioniert. Ja, und da hinten kommt dann der letzte Motor rein, wieder ein M-Motor, der dann aber nicht auf Noppen sitzt, sondern hier mit Pins befestigt wurde, geht die Kraft nach oben, wird umgeleitet auf die Achse und die steuert dann höchstwahrscheinlich den Neigungswinkel der Leiter. Denn bisher, die ist immer noch lose, die kann man fröhlich hoch und runter klappen. Ja, das, ach nee, war noch lange nicht alles. Dann ging es weiter, man baut die Verkleidung, das ist prinzipiell hier ein großes Element, was man baut. Hier ist eine, was ist denn das, 6x6? 3, 5, 6, genau, eine 6x6 große Platte und nochmal Plates drunter, damit man dann einen Anhalt oder einen Verbindungspunkt hat, denn in dem Panel sind nochmal die Viertelpins drin, die da reingesteckt werden, dass das Ganze hält. Hier eine Reihe von Bricks, Rot, also jetzt hier im Licht passt es alles. Ich gucke mal kurz ins Display, ob es da vielleicht irgendwie auf, nö, das Rot sieht sehr gut aus, also kann ich mich nicht beschweren. Hier ist wieder das, ja, das biegt sich immer mal ein bisschen raus. Hier und, ja, auf der anderen Seite auch. Das ist ein kleiner Kritikpunkt, den man anwenden, wenn man da, aber okay, es fällt nicht ab, das ist das Wichtigste, es hält, es ist halt nur nicht immer gerade. Aber ja, wird am Stück gebaut und dann sind hier, sind Technikbricken mit zwei Pinaufnahmen unten drunter, der wird auf zwei Pins drauf gesteckt und dann hier die zwei Achsen, die reingesteckt werden. Dann hält das Ganze. Natürlich auch gespiegelt auf der anderen Seite und zu guter Letzt hier die weiße Abdeckung wird auch wieder Lüftarme ineinander verbunden, Pendel dran, auf den Pin drauf und hier auf die Achse drauf und dann ist das auch dran. Ja, mehr passiert, also in Abschnitt 8 nicht. Dann können wir noch kurz wieder den Funktionstest machen. Akkubox an, Fernbedienung an, jetzt muss ich mal gucken, es müsste B sein, nee, A ist es. Dann stellt man mal so, dass das besser seht. So, kann man rausfahren und das ist, ach nee, jetzt klappt es. Vorhin hat es immer mal noch irgendwo angeschlagen. Raus, rein, hätte ein bisschen mehr sein können, dass er vielleicht noch weiter rausfährt, dann würde das besser wirken. So ist das doch ein recht kurzer Weg, aber gut, ja, schön, dass es überhaupt funktioniert. Gut, ich baue ihn dann jetzt mal fertig und dann sehen wir uns gleich mit dem kompletten Modell zurück. Schritt 9 und 4.800 Teile sind fertig. Ja, es ging nur noch um, oh, haben wir ein bisschen zu weit eingefahren. So, es ging nur noch um, um die Leiter. Als erstes baut man den äußeren Rahmen. Seht ihr ja hier, kleiner, großer Technikrahmen, kleiner, großer Technikrahmen. Das wechselt sich immer ab. Von außen, äh, von innen in dem Fall, kommen Liftarmen dazwischen, die das Ganze verbinden und das sind meistens Doppelpins mit einer Achsaufnahme. Auf beiden Seiten, dazwischen kommt eine Achse, das sind dann die, ähm, Stufen. Na, ich klapp es mal an, dann seht ihr das. Immer wenn es schwarz ist, ist das so. Ansonsten, die grauen, das sind einfach nur Achsen mit Achsstoppern dazwischen geklemmt. Ziemlich einfach. wird dann hinten, ähm, einfach nur draufgelegt und zwei Achsen reingeschoben. Dazwischen, na, wollen wir es mal ran, dann sehen wir es besser. Hopp, so. Hier kommen die Achsen von oben unten durch, die zwei Kabeltrommeln und ein Achsverbinder dazwischen. So, jetzt drücken wir das hier raus, das gucken wir uns dann später an. Und dann ist der Kran soweit verbunden. Hier unten kommt dann noch, hopp, hier an der Stelle eine Achse durch, die das Ganze dann mit dem Arm verbindet, dass wir das Ganze auch anheben können. Danach geht es zum inneren Teil. Da haben wir vorne erstmal noch einen Korb dran, wo dann ein Feuerwehrmann drinne stehen kann. Ziemlich schlicht ist ein Panel, Liftarm dran, ein bisschen Deko, dass es aussieht wie der Korb und das Ganze auf zwei Achsen vorne dran geklemmt. Wird reingeschoben und den Rest machen dann die Kabel rausziehen und rausfahren und reinziehen. Kabelmanagement, ja, ich habe es nicht ganz verstanden, wie sie es wollten. Ich habe mir dann das dann so gebaut oder so gedreht oder angebunden, wie ich mir das für richtig gehalten habe. Erkläre ich gleich nochmal. Und dann kommt es zu guter Letzt zu dieser Abdeckung. Große Plates, Fliesen drauf, Slopes dran, ja, nichts Weltbewegendes. Ja, Qualität ist gut, kann man nicht meckern. Wird dann einfach nur hier dran geklemmt und da ist das Problem, hier ist eine oder eine Noppe, hier von jeweils nur eine Noppe und hier sind drei Noppen. Halten das ganze Ding. Hier ist auch noch Hohl drunter und das ist A, ein Problem. Das heißt, wenn wir das jetzt hier dran drücken, hier ist nichts drunter, fällt es ab. Abgehen muss es, weil wir müssen hier an die Akkubox rankommen. Können wir gleich mal anschalten für einen Funktionstest. Fernbedienung, parzig, funktioniert. Und das Zweite ist, wenn man es dann dran hat, so, hier, das muss wirklich sehr nah nach innen, weil ansonsten schlagen wir hier an dem Geländer an. Das heißt, man kann sonst nicht 360 Grad drehen, außer die Abdeckung fällt ab. Gucken wir mal. Hoch geht, runter geht, raus geht und wieder rein geht und, ach, das war der Sitz, genau, und drehen. Es funktioniert alles. Wie gesagt, ich habe jetzt hier eh nicht so viel Platz, um das Ganze zu drehen, gucken wir uns dann in der Review noch mal genauer an. Aber es funktioniert alles. Jetzt noch kurz zum Kabelmanagement. Wie habe ich das Ganze gemacht, dass es am Ende funktioniert? Ich habe die Kabel, wo sind sie? Einmal mehr. Kommt. Kurzes Kabel, langes Kabel. Kurze Kabel geht hier rein, zieht den inneren Schlitten ran. Ergo, ich habe da nur eine Schlaufe drum gemacht, ich habe es jetzt nicht festgeknotet, damit ich besser testen konnte. Habe das hier drauf gemacht, habe hier den Achsbinder nochmal auseinandergezogen und habe das schön straff gezogen, bis es passt. Dann habe ich das wieder verbunden. Dann habe ich das obere Kabel genommen, nach vorne gelegt, bis zum roten Achsstopper. Da muss es zurück und wird dann hier festgebunden. Habe dann das auch nochmal auseinander gemacht und mit dem Motor auch wieder straff gezogen, damit wirklich auf beiden Seiten das Ganze straff ist und dann funktioniert es auch. Bei mir ist das einzige Problem, die Schlaufe, ich habe die ein bisschen zu groß gemacht, da kann das ab und zu mal runterrutschen, wenn man es richtig festknotet und vor allen Dingen auch hinter den kleinen Achsstopper legt, dann hält es besser. Das ist jetzt mein Fehler. Aber so habe ich das zumindest austariert, dass es dann funktioniert. Das so nochmal als kleiner Tipp von mir. Vielleicht habt ihr auch noch viel bessere Ideen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich gehe davon aus, dass es den einen oder anderen interessiert. Da haben sie generell oder gibt es generell immer Probleme, was die Kabelführung und so etwas angeht, wie man es am besten macht. Gut, soviel also zum Aufbau. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Oder lasst mich mal überlegen. Ne, eine Sache habe ich vergessen zu erwähnen mit dem Ding her. Achtet drauf, wenn ihr die Kabel hier habt. Hier darf nichts rausgucken. Jedes Kabel, was zu weit rausguckt, drückt das hier ab und es hält nicht. Und damit es auch besser hält, würde ich zum Beispiel hier unten erstmal noch was zwischenpacken, irgendwelche Plates oder so. Dann haben wir einen Anschlag an die Motoren und haben nicht den Hohlrohm, um es rauszuklappen. beziehungsweise hier sind Technik-Prix, die hängen einfach nur auf schwarzen Pins. Schwarze Pins durch blaue austauschen und nochmal eine Reihe Technik-Prix daneben. Dann hat man mehr halt hier oben drinnen, dass das halt nicht ganz so schnell abfällt, weil so ist es wirklich, ja, wie gesagt, da braucht man keinen Kraftaufwand und das fällt sofort runter. Das ist jetzt nur nochmal ein Tipp von mir. Wie gesagt, wichtig, Kabel verlegen, auch dass unten alles frei ist, denn wenn ihr das dreht, kann es sein, dass die Kabel sonst hier an den Stützfüßen hängen bleiben. Dann ist es doof, beziehungsweise, dass es sich irgendwo verheddert und auch hängen bleibt. Das ist dann auch doof. Also von daher, die Kabel müssen hier unten nach oben, also sie dürfen unten nicht rausgucken und sie dürfen nicht nach hinten gucken. Es muss alles da reingeklemmt werden. Vielleicht auch mit Kabelbinder arbeiten oder so. Und ich gebe auch ganz ehrlich zu, ich bin jetzt nicht der Beste im Kabelmanagement, von daher, ja, achte da drauf. Ansonsten funktioniert es eigentlich vom Aufbau, wie gesagt, bis auf das mit den Kabeln, mit den Seilen ist nicht so gut erklärt und dass die Heckklappe so lose sitzt. Ansonsten ist es ein schönes Modell und den Rest erzählen wir dann in der Review. Gut, dann bin ich jetzt durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen da oder vielleicht auch ein Abo, dann verpasst ihr nicht, wenn die Review da ist oder irgendwelche späteren Sätze, die ich dann vorstelle. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Krümel baut. Tschüss.